Fickst du mich gerade richtig durch, oder was? Hey Kinder, was geht bei euch ab? Clips und Clips und Clips und Clips und Clips und Clips. Ihr habt über die Zeit echt schon einige geile Clips erstellt. Und es gibt ein paar wenige, die daraus Best-Offs gemacht haben. Und um dieses Thema soll es hier gehen. Und zwar geht es um Best-Offs der Livestreams oder auch der Videos. Also je nachdem, wo man Lust hat. Also ob es unter euch ein paar gibt, die sowas mal machen wollen. Vielleicht öfter machen wollen oder auch nur einmalig, so wie ihr eben lustig seid. Ich weiß, es gibt einige, die schon gesagt haben, hey, ich überlege mir echt sowas zu machen. Oder ich werde angeschrieben, jemand fragt, darf man dein Content benutzen? Also mit diesem Video will ich sagen, ihr dürft sowas machen, ihr dürft meinen ganzen Content benutzen. Wenn es jetzt irgendein Musikcover von mir ist, dann könnte es schwierig werden wegen den rechten. Aber alles andere ist völlig wurscht. Mein ganzer Livestream-Content und meine Videos sind komplett frei zur Nutzung. Ihr könnt daraus also Best-Offs machen für eure Kanäle. Aber wenn ihr wollt, auch für meinen, beziehungsweise ich lade es auch gerne bei mir hoch. Und das Ganze würde dann, wenn ihr wollt, oder die, die jetzt sagen, hey, ja, ich hab da Bock drauf, ungefähr so ablaufen, ihr macht ein Best-Off. Hier bei den Clips findet man halt direkt ein paar Kracher. Natürlich gibt es auch die Videos. Das sind immer die kompletten letzten Streams. Der Stream wurde geteilt, deswegen sind hier zwei. Aber sonst sind es immer, ich hab den ersten 24er Livestream hier sogar festgehalten, oder wie krass. Gott, das ist schon ewig her. Hier sind immer die Streams der letzten 14 Tage oder so drin. Da kann man natürlich auch den ganzen Stream begutachten und sich da was raussuchen. Aber natürlich ist es auch direkt hier vereinfacht, weil ihr ja bereits wie wilde Clips erstellt. Ihr müsst halt hier oben auf alle gehen, ne? Top alle. Da sind dann die, die gut geklickt wurden. Oh ja. Quatsch, die kommen gleich, die kommen gleich. Oh Gott, das war fucking sick. Die einzige Tür, die zu ist, ist unseres. Das ist jetzt ein bisschen auffällig. Es waren ultra viele Gegner in diesem großen Haus. Und alle Türen waren offen, außer unsere. Die war zu. Oh, oh. Shit. Nice. Oh Gott, ich hab einen. Wuh, 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 wuh. Oh, shit. Wir sind noch alive, was unglaublich ist. Oh, passt auf. Oh Gott, nein, 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 nein. Es kommt noch einer rein. Und ich holz ihn um wie so ein Schnitzel. Ne, G-Foss bekommt ihn. Okay, 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 okay. Ich hab keine Muniz. Nein. Ach, ja. Ja, und das ganze Ding hier ist voll mit Clips. Also man kann sich hier praktisch direkt unter die Arme greifen. Singen lernen mit Jan. Oh, meine Haare, krass. War ich denn noch jung oder was? This Jan is on fire. Ich zerschieße ihm die Eier. Alter, wie gut ich singen kann. Ich hab voll viel noch nicht gesehen. Ihr macht da dauernd. Wir können es so machen. Wenn ich einen Ace mache, dann bekomme ich 10 Dollar. Wenn ich keinen Ace mache, dann bekomme ich 10 Dollar. Ich bin ein Pisser. Was ist denn das hier? Ein uraltes Teil. Mir platzt echt gleich ein Sack. Äh, ein Sack. Mir platzen gleich einige meiner Säcke. Also es geht einfach darum, wollt ihr ein paar Best-ofs machen? Gibt es unter euch ein paar Leute, die sagen, hey, Best-of würde ich hier nochmal ran? Dann könnt ihr euch gerne hier bedienen. Man kann sich die Teile irgendwie runterladen. Jetzt ist halt nur eine gute Frage, wie das geht. Ich denke, Google weiß da sofort Hilfe. Scheinbar ist es extrem einfach. Man macht den Clip auf. Hält an. Rechtsklick. Video speichern unter. Leute, es geht. Easy peasy. Hier übrigens ein riesiges, riesiges, dickes, fettes Dankeschön an alle Leute, die Clips erstellen. Hier zum Beispiel Paul HD. Oder Paul HD. Oder Paul HD. Chemo. Aha. Luki, Luki, Luki. Guschle. Mensch, Guschle. Just a flat, a papina. Sie fehlt gar nichts von dem Spot. Meine Schuld, meine Schuld. Meine verschissene Schuld. Merkt ihr, was für kritisch ich bin? Meine verschissene Schuld. Ist das früher aus? Habt ihr mich wieder eiskalt erwischt? Ist der Stream aus? Das muss abgefilmt werden. Na klar, ja, ja. Schaut euch vor, ich hätte da irgendwie in der Nase gebohrt. Hallo? Ihr könnt die Clips, wie gesagt, hier einfach runterladen. Daraus was Wursten. Sie auch gerne bei euch hochladen. Da steht euch komplett frei. Aber ich könnte sie auch einfach bei mir hochladen. Von den Randbedingungen, ich würde sagen, so ein Best-of sollte, naja, also schon mindestens so eine Minute oder zwei Minuten haben. Nach oben hin gibt es eigentlich keine Grenzen. Ihr könnt da gerne rumwursten, wie ihr wollt. Natürlich könnt ihr auch im Video irgendwo oder am Ende schreiben, wer ihr seid. Oder auch sagen, wer ihr seid. Und dass ihr vielleicht auch einen YouTube-Kanal habt, um halt auch kurz mal auf euch zu sprechen zu kommen. Aber natürlich sollte das Video schon im Gesamten eher ein Best-of sein, das jetzt auf diese Clips hier bezogen ist. Also auf mich. Aber falls ihr einen YouTube-Kanal habt oder Twitter oder irgendwas, wo ihr gerne genannt werden wollt, kann ich das dann einfach verlinken. In der Videobeschreibung. Also einfach Best-of bei Hans Wurst. Hier geht's zu seinem YouTube-Account. Zum Beispiel. Natürlich werden Videos, die auf irgendeine Weise unangebracht sind, nicht hochgeladen. Also wer jetzt da zu viel Werbung macht oder irgendwelche rassistischen Dinge reinpackt oder sowas. Das soll ja schon einfach nur ein Best-of aus den Clips oder eben aus Videos, aus Streamstücken sein. Und mehr auch nicht. Ja, das wäre eine sehr coole Sache, weil ich denke, gerade in den Livestreams kommt öfter mal geiler Scheiß zusammen. Das ist so geil, das Ding. Fuck nein! Oh shit! Und hier natürlich zum Ende nochmal für alle, die sich jetzt fragen, was für Livestreams? Was machst du nur das? Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Dann machen wir mal ziemlich krassen Scheiß. Und ja, ich freue mich auf eure Antworten. Ich hoffe, es wird sich der ein oder andere finden, der mal was geiles herzaubert, weil zum Beispiel auch das letzte Best-of von The Gaming Code ziemlich gut ankam. Ich habe leider zu wenig Zeit, um mich da heranzusetzen und was richtig Schönes hinzuwursten, weil ich eben jeden Tag die Uploads habe, dieses bestehende Kontingent an Videos zu erfüllen habe. Ich könnte da auch sicherlich bald mal wieder was machen. Aber insgesamt wird das schon noch dauern. Und möglicherweise findet sich ja jemand, der sagt, hey, ich mache dein geiles Ding, Alter. Pass auf, wer? Gut! Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!